Moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ja, YouTube Gamescom vom AR-Gnern macht sich jetzt mal bereit. Ich spiele Fallen, Capture the Flag. Oh, was für Waffen nehme ich denn? ACR 6.8 an der USB-40-Taktik. Blitter, Blendgranate, Aufklärung, Schnellziehen, Pro und DG Meisterschützen. Ja, das nehme ich jetzt mal mit. Und da vorne haben wir den ersten. Da versteckt er sich hier. Perfekt. Gleich den ersten erwischt. So, jetzt mal hier das Team-Matten. So, Leute, was geht los? Ich schaue mich um, kontrolliere alles. Gucken, ob hier Alberto-freie Zone ist. So, gucken wir nochmal nach hinten. Hinterm Auto ist nichts mehr. Oh je, oh je, oh je. Oh! Ah, so ein Camper, Alter. Guck das an, Alter. Hier ist C4, schmeißt hin. Wunderbar. So, was soll man denn da vorne noch? Nehmen, nehmen. Ich nehme doch immer gern. Oh, Alter! Plädeler-Rakete von oben erwischt. Von ganz crazy hart, Alter. Ist mal ein richtig harter Typ hier. So, hier. Gucken wir mal, ob noch ein paar Leute vom IR-Plant drin sind. Keiner mehr sonst. So. Wollt ihr auch dem Clan beitreten? Dann könnt ihr das tun. Ihr müsst nichts dafür tun. Sondern, was ihr tun müsst, ist einfach nur, äh, ja, Ding gehen. Spiele-Text da, diese vier Buchstaben da vorne hier, die ihr eingeben könnt. Einfach R, A, R eingeben. Dann seid ihr im Clan drin. Sprich, man muss sich nicht anmelden. Was ich sehr cool finde. So. Warten auf Wiederanstieg. Sieben Sekunden, sechs Sekunden, fünf Sekunden, vier Sekunden. Jo. Wer Bock hat, in der Airplane zu kommen, kann sich bei mir gerne melden. Und, ja. Könnt ihr mir gerne eine Nachricht auf der PS3 verschicken. Oder ihr könnt mir natürlich auch ein Ding machen. Auf YouTube eine Nachricht schreiben, wie ihr das wollt. Jo. Dann schaue ich mal. Vielleicht nehme ich euch dann als Freund an und dann können wir zusammen zocken. Ihr kommt dann auf YouTube und so. Perfekt! AR-Clan Forever. Dem Clan gehört auch, ähm, das Rahmen-CODE aus der Schweiz an. Albertos beste Freund. Muss ich immer wieder sagen. So. Guck mal da hinten. Guck mal! Was macht denn der da zusammengekracht, Alter? Herzinfarkt. War zu fett. Warte auf Wiederanstieg. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt guck mal nochmal hier. G36, Alter. G36, deutsche Waffe, deutsche Fabrikation. Die nehmen wir mal mit. Ja, ACR hier. Oh, jetzt habe ich die G36. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr fällig. Jungs, jetzt seid ihr fällig. Jetzt seid ihr dran hier. Jetzt habe ich hier die G36. Leider haben wir eine Niederlage. Erzählt. Zeit damit wurde erreicht. 610 Punkte. 0 zu 2 Spielpunkte. 610 Punkte. Und wir schauen uns das letzte Video an. Von Atu84. Schaltet ihn ganz crazy aus. Perfekt! Ja, das war's dann schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, Alligator. Ciao! Ja.